Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, einen Vollzeitjob in der IT-Branche und im Moment steckt sie all ihre freie Zeit in den Wahlkampf. Wer Alexandra Bernhardt fragt, warum er sie und die Piraten wählen soll, dem sagt sie. Weil sie damit die direkte Bürgerbeteiligung wählen. Damit haben sie nicht nur alle fünf Jahre die Chance, direkt mitzubestimmen, sondern sie können das auch einfach zwischendurch tun. Und sie erfahren auch, was in der Politik passiert. Bisher seien die Hürden für den Erfolg eines Bürgerbegehrens hoch, die Verfahren unübersichtlich. Wir wollen die Bürgerbeteiligung verbessern. Es soll in allen Städten kommunale Bürgerbeteiligungshaushalte geben. Der nächste Punkt ist, auch Bürgerinitiativen besser zu unterstützen. Die gibt es ja schon in jeder Stadt und in jedem Kreis. Die stehen aber meistens sehr alleine da, haben keinerlei fachliche Beratung. Das wäre sehr wichtig, dass man die mehr an die Hand nimmt und ihnen hilft. Außerdem wollen die Piraten durchsetzen, dass jeder Politiker seine Nebeneinkünfte offenlegen muss. Sie selbst, sagt Alexandra Bernhardt, würde ihren Job aufgeben, wenn sie in den Landtag einzieht. Dort will sie sich nicht nur für den Datenschutz, sondern auch für eine Herabsetzung des Wahlalters einsetzen. Und dann wird sie nicht nur für den Datenschutz.